Hallo, ich bin der Marco von der Landtechnik und zuständig für Gebrauchtmaschinen. Heute zeige ich euch eine Krone Rundballenpresse Comprima F125XC. Die Maschine ist Werkstatt geprüft und hat ein Festkammer-System mit dem patentierten NovaGrip-System. Außerdem hat sie ein 17-Messer-Schneidwerk mit Einzelmessersicherung und dem absenkbaren Messerboden, die breite Easy-Flow-Pickup mit Rollniederhalter, automatische Zentralschmierung und außerdem ist die Presse noch mit einem Komfortpaket ausgestattet. Diese Maschine ist sehr leichtzügig und zeichnet sich aus durch die geringen Bröckelverluste. Krone ist außerdem Marktführer in Österreich bei den Rundballenpressen sowie bei anderen Grünlandgeräten. Die Maschine wird österreichweit zu euch auf den Hof geliefert und eine Rolle Krone Originalnetz bekommt ihr gratis dazu. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, für diese oder auch andere Maschinen stehe ich euch gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Mich würde es aber auch freuen, euch persönlich in Vila kennenzulernen.